Eine starke Wirtschaft bildet die Grundlage für die Lebensqualität in unserer Region. Dafür wollen wir bewusst sein arbeiten, indem wir sichtbar machen, was unsere Unternehmen leisten. Gute Ausbildungs- und vielfältige Arbeitsplätze sind nur zwei Beispiele dafür. Wir wollen die Wirtschaft erlebbar machen und ein besseres Verständnis für unternehmerisches Denken und Handeln schaffen. So sorgt Industrienacht für Begegnungen der Bevölkerung mit den Unternehmen und drückt die Innovationskraft der regionalen Firmen ins Rampelicht. In unserem Podcast «Wirtschaft on Air» kommen Unternehmerinnen und Unternehmer zu aktuellen Herausforderungen der Wirtschaft zu Wort. Die Formel für einen nachhaltig gesunden Wirtschaftsstandort heisst «Wirtschaft und Gesellschaft gleich Erfolg».